Ach ist das schön, Freunde. Wir haben ja nur alles geschafft. Wir haben die Arbeitslosigkeit beseitigt. Wir haben die Energiekrise beseitigt. Wir haben die Inflation beseitigt. Wir haben die Grenzen sicher gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass alle eine Wohnung haben in diesem Land. Die Wohnungsnot gehört der Geschichte an. Wir haben das Volk geeint. Die Menschen in Deutschland waren noch nie so einig wie heute. Wir haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass Männer jederzeit entscheiden können, Frauen zu sein und Frauen jederzeit entscheiden können, Männer zu sein und dass man auch sagen kann, ich bin kein Frau und kein Mann, sondern ich bin divers. Das ist doch großartig. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Gut, im Falle eines Krieges sollten Männer dann wieder Männer sein. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben es geschafft, dass unsere Brücken, immerhin zweieinhalb Tausend, die marode waren, wieder befahrbar sind. Wir haben zehntausende Kilometer Straße mit Schlaglöchern haben wir in Schuss gebracht und wir haben es auch geschafft, dass, und das ist das Entscheidende, wir Lohngerechtigkeit haben. Männer und Frauen verdienen das Gleiche. Wir haben keine Sorgen mehr. Das ist doch großartig. Und jetzt können wir uns um die kleinen Details kümmern. Zum Beispiel darum, dass der böse Björn Höcke von der Alternative für Deutschland gesagt hat, alles für Bundland. Das geht natürlich gar nicht. Auch wenn der Spiegel das Gleiche auch schon gemacht hat und Beckenbauer, Gott hab ihn selig, das auch schon gemacht hat und ein ganz normaler Mensch in seinem Land sagen sollte, alles für mein Land, alles für Bundland. Bei Herrn Höcke machen wir eine Ausnahme, denn jetzt können wir uns um die Details kümmern. Ich finde das gut und es zeigt, dass wir in der wirklich wahren, freiheitlich-dämonokratischen Grundordnung leben, im besten Deutschland aller Zeiten und dass die Regierungsfeinde, äh Entschuldigung, die Demokratiefeinde abgeurteilt werden. In diesem Sinne, freut euch, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben und sagt auf keinen Fall alles für Bundland. Nein, schlauer Ukrainer, schlauer Israel, das könnt ihr sagen, aber auf keinen Fall alles für Bundland. Ich finde es toll. Bitte wählt diese großartige Regierung. Robert und Martina sind immer noch im Urlaub. Deswegen vertrete ich jetzt Robert und hab euch heute auch mal ein bisschen von seiner Kunst adaptiert mitgebracht. In diesem Sinne, auch wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Alles Liebe, euer Claudius.